So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Gestern habe ich ja gesagt, statt Raid am Mittwoch gibt es auch kein Raid am Donnerstag. Es wird wohl Raid am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Freitag kommen. Wie letzte Woche, denn es gibt so viele News, die gerade da sind. Wir haben euch gestern das GO aufs ganze Event vorgestellt. Das war auf jeden Fall richtig cool. Ich denke mal, das kommt auch gut an bei vielen Zuschauern. Das ist das allererste Event in der neuen Season, die jetzt dann am 3. September startet. Und weil das das erste war, haben wir gestern als erstes ein Video dazu gemacht. Wenn wir das jetzt zumachen, bleiben noch offene Tabs. In dem ganzen Gewurschtel hier, was nämlich neu war, haben wir einmal eine richtig große, fette Übersicht. Generell über die Season, die jetzt ankommt. Wir haben eine Übersicht über die GBL, über die Go-Ban-League, die dann in der Season stattfindet. Und wir haben das zweite Event, was direkt an das erste anknüpft. Das Debüt von Döner-Max. Pokémon in Döner-Kämpfen wird Döner-Tastisch. Sagt mir nicht, das heißt Dynamax. Also, das könnt ihr so sagen für mich. Ich mag gern Döner, deswegen. Das wollen wir uns heute angucken, aber weil der Artikel so kurz ist, möchte ich auch auf die anderen Sachen eingehen. Nämlich zum Beispiel die neue Season. Umfasst ja immer drei Monate. Die wird diesmal nicht am ersten wechseln, sondern erst am dritten. Am dritten September bis zum dritten Dezember. Ihr seht schon, fette große Pokémon. Döner-Maximum-Trailer gucken wir uns nicht an. Wir gehen kurz mal runter. Steht wohl alles im Zeichen der Gala-Pokémon. Es gibt dann auch zu Beginn diese Spezialforschung, Döner-Maximum. Die läuft, wie die anderen Sachen immer, ein paar Schritte. Dann stoppt die wieder. Und gefühlt einen Monat später geht die dann mal wieder weiter. Monat später geht die dann mal wieder weiter. Zu bestimmten Events dazwischen kann es sein, dass mal wieder eine Seite weitergeht. Also, die wird sich über die komplette Season-Dauer von drei Monaten ziehen. Großes Döner-Max-Debüt. Wird ja alles noch dann in den nächsten Events und so angekündigt, gezeigt. Ihr seht auf jeden Fall hier die Starter, die entwickelt sind und die groß und fett sind. Wildes. Details folgen. Super. Highlights der Jahreszeit. Wir haben schon mal die Community-Day-Daten hier. 14. September. Ponita, das wissen wir schon. Ansonsten haben wir am 5. Oktober noch einen Sea-Day. Und am 10. November, die habe ich mir eingetragen. Da ist gerade noch nichts bekannt. Events, Digga. Braucht man nicht. Go-Kampf-Liga. Gibt es einen extra Artikel. Punkt um Showcases. Was steht jetzt hier? Während der Döner-Maximum finden Showcases immer von Samstag bis Sonntag. Sowie von Montag bis Mittwoch statt. Meldet euch jede Woche an, um herauszufinden, mit welchem Pokémon ihr glänzen könnt. Ich habe im letzten Video schon gesagt, eigentlich war das ja immer Samstag auf Sonntag und dann Monag auf Dienstag. Jetzt ist aber am Mittwoch ein Neujahr gestartet, der bis Donnerstag geht. Und hier steht in der neuen Season ist es dann Samstag bis Sonntag und Monag bis Mittwoch. Passt ja auch wieder nicht, dass am Mittwoch ein Neujahr gestartet ist, der bis Donnerstag geht. Also hier scheint es zwei Showcases jede Woche zu geben. Samstag bis Sonntag, Montag bis Mittwoch. Und was wir jetzt gerade haben, verstehe ich nicht, aber das ist halt so für zwischendurch. Rotation in der Jahreszeit. Die Pokémon wechseln wieder in den Habitaten. Da werde ich auch nicht ganz drauf eingehen. Ich werde euch diese Seite nämlich unten auch verlinken, wenn ihr das einzeln euch durchlesen wollt. Ihr seht ja selber, wenn ihr draußen rumrennt, was gerade näher Fluss sitzt, was näher Wald sitzt, was mitten in der Stadt sitzt. Das ist also erstmal wurscht. So, die Eier, was ich hier nicht verstehe. In den Eiern tut sich ja manchmal was, aber seit geraumer Zeit sind hier nicht mehr die 12 Kilometer Eier aufgelistet. Das waren für mich eigentlich die interessantesten, weil da immer die seltensten und besondersten Pokémon drin waren. Und dann auch davon mal was shiny wurde, aber die 12 Kilometer Eier wären hier einfach nicht mehr angezeigt. Ansonsten hier ist Ignivore drin, das passt. Hier hast du dann die Starter drin, okay, im Fünfer, aha, wieder Ignivore, das passt. Die 7 Kilometer Eier, da kriege ich immer Brechreiz, wenn ich die sehe. Also gucken wir mal bei die 10er. Oh, Ignivore, das passt. Also die 10er, die 5er, alles ist gut. Auf jeden Fall immer Ignivore. Jahreszeiten-Boni ist auch noch wichtig, weil wir haben ja manchmal das Ding, dass wir zwei tägliche Raid-Pässe haben. Drei Monate lang in der Season als Bonus. Dann haben wir mal, dass wir zwei Spezial-Trades täglich haben, drei Monate lang in der Season. Diesmal gibt es wohl einfach mehr EP. Zwar mehr EP für eine Pokestop-Serie von 7 Tagen, mehr EP für Staub, mehr EP und Staub für eine Fang-Serie von 7 Tagen und mehr EP für Freundschaftsaufstiege. Ich glaube aber, die ersten beiden Dinger waren sogar in den letzten auch, also diese Jahreszeit wird man einfach mehr Punkte für Freundschaftsaufstiege bekommen. Das drei Monate lang und das ist das, was so wichtig ist. Dann ist dieser Artikel eigentlich schon weg. Wichtig ist halt eigentlich immer der Season-Bonus, der drei Monate läuft, denn wenn ihr nicht mitkriegt, dass ihr zwei Spezial-Trades habt, dann nutzt ihr nur einen und verpasst jeden Tag einen. Wenn ihr nicht mitkriegt, dass ihr zwei Pässe habt, dann macht ihr nur einen, obwohl ihr noch einen machen könntet und das wäre schade. Zweiter Punkt hier, Döner-Maximum-Kampflieger. Das ist auch ein mega großer Artikel, auf den ich auch nicht weiter eingehen werde, den ich euch aber in der Beschreibung unten trotzdem verlinken möchte. Denn hier ist alles, wer GBL spielt, der ganze Ablauf drin zur Go-Kampflieger. Von wann bis wann, welche Liga ist hier, Superliga, Galakab, Mini-Edition, dann Hyperliga, Meisterliga, alles was nebenbei immer so ist. Die Bonis sind aufgelistet, die kompletten drei Monate könnt ihr hier also nachlesen, was, was ist. Das Events, was aber vielleicht noch wichtig ist, gleich auch zum Start von Samstag, den 2. November, ach ne, November, September, Oktober, November, also im letzten Monat. Samstag, der 2. November bis Sonntag, der 3. November wird es wieder ein Go-Kampf-Wochenende geben, wo man wieder also 100 Kämpfe machen kann, es wieder ein Ticket gibt, man wieder so Avatar-Artikel freischalten kann, es wieder so ein kleines Ticket dazu gibt mit Sternenstücken, Sonderbonbons, Staub. Man auf jeden Fall immer irgendwie eine kostenlose Top-Lade, die er eben bekommen hat. Ob die da dabei ist, da sehe ich gerade nichts, ich hoffe es aber doch. Die ganzen Belohnungen auf den ganzen Rängen könnt ihr auch in Ruhe nachlesen, euch angucken, was sich da getan hat, was sich da verschoben hat. Ab Rang 20 kriegt man wieder die aktiven Raid-Bosse, das wisst ihr ja, am Anfang könnt ihr euch wieder so eine Go-Kampf-Liga-Forschung-Pass abholen, der kostenlos ist, damit ihr fürs Kämpfen belohnt werdet. Wenn ihr die letzte Stufe erreicht und heftig unterwegs seid, kriegt ihr diesmal also die Easy-Pose von Crow, von dem Rapper, mit der Panda-Maske. Also hier steht auf jeden Fall Nioh, jetzt wissen wir, wie der wirklich heißt. Wie findet ihr die Pose, sieht das gut aus, das ist auf jeden Fall, so geht es mir auch immer, genau. Die Cups sind nochmal aufgelistet, die Voraussetzungen, was das ist und was man da mitmachen kann und wie hoch das geht. Super-Liga-Remix auch, aha, aha. Dann kommt hier unten noch die Attacken, was alles an den Attacken sich geändert hat, was alles am Kampfsystem sich geändert hat. Man muss nicht mehr 60 Sekunden warten, bis man auswechseln kann, sondern nur noch 50. Nach 50 Sekunden kannst du wieder wechseln. Hier ist vieles abgeschwächt, zum Beispiel Steinhagel macht nicht mehr 75 Schaden, nur noch 65. Da sind hier die ganzen Attacken drin, vielleicht sind auch neue Attacken dabei. Manches habe ich nämlich noch nie gelesen, wie oben hier Parallelogramm oder sowas. Das ist also für die Leute, die wirklich sich mit GBL beschäftigen oder beschäftigen wollen, guckt das alles. Hier die neu erlernbaren Attacken für Lady Jan, Vostelka, Kapil, Sarijama. Können sich ja all diese Kraftwelle lernen. Habe ich auch nicht gewusst. Benjamin hat mir gesagt, Kraftwelle ist richtig gut, gib das mal dem Lucario. Ist eine neue Attacke, habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, habe ich jetzt beim Lucario drauf. Das also in Ruhe durchlesbar. Dann, Link ist hier in der Beschreibung mit dabei. Und das Event, worum es eigentlich geht, was ich euch zeigen wollte. Das Debüt von Döner Max Pokémon in Döner Kämpfen wird. Döner-Tastisch, Bruder, ich schwöre auf alles, denn das startet Gugantisch vom Dienstag, dem 10. September. Also das andere Event läuft ja 3. September bis 10. September. Dienstag bis Dienstag. Und ab Dienstag, den 10. dann bis zum 15. Gugantisch, neue Döner Max Pokémon. Die folgenden Pokémon geben ihr Debüt in Döner Kämpfen der Stufe 1 in Pokémon Go. Bisasam, Glumanda, Shiggy, Raffel und Wolli. Raffel und Wolli sind wieder dabei, können natürlich auch wieder Shinies sein. Also Pokémon, die nach Döner Kämpfen gefangen werden, sowie die Entwicklungen, können bei Döner Kämpfen Döner maximiert werden. Ich kann die also gar nicht jetzt einfach, wenn ich die hab, Dynamaxen und dann gegen einen Raid Boss antreten, wo ich gerade Bock drauf hab, weil ich gerade einen 5er mach. Ich kann nur in Dynamax kämpfen, wo der Gegner Dynamax ist, auch Dynamaxen. Wenn ich aber lieber hier Xenias raide, dann bringt mir das alles gar nichts oder wie, weil es dann eine neue Form von Eiern gibt. Es gibt neue Raid Bosses, es gibt halt nicht mehr die Legendären. Es gibt dann nicht mehr die Top- und die Elite-Raids. Es gibt dann die Mega-Raids und die Mega-Legendären. Und dann gibt es die Krypto-Raids und dann gibt es noch die Döner-Raids. Also, puh, die Karte ist bestimmt komplett überfüllt. Ja, macht man das? Muss man das machen? Wäre das jetzt was? Community-Raids? Kann man da einladen? Kann man da einladen und Leute mitnehmen, die dann gemeinsam ihre Döner rausholen, ihre Jumbo-Döner und Monster-Döner, Riesendöner? Ist auf jeden Fall interessant. Die Spezialforschung Döner-Maximum geht weiter. Ja, steht ja hier ab Eventbeginn, ist ein weiterer Teil der Spezialforschung zur aktuellen Jahreszeit für alle Trainer verfügbar. Also in dem ersten Event kriegt ihr eine Seite oder zwei und in dem Event geht die Spezialforschung weiter, die sich über die ganzen drei Monate zieht. Zieht. Schließt die Aufgabenrunden um Dönerkämpfe ab, um Dönerpartikel, einen neuen Avatarartikel und mehr zu erhalten. Event-Boni. Es gibt Doppel-DEP für gewonnene Döner-Raids und Doppel-DEP für das Drehen von Pokestops. Es gibt Feldforschungen, in denen ihr Bisasam, Glumanda, Shigirafel, Wolli begegnet. Ihr kriegt keine Döner-Energie oder so, eine Dönerpartikel. Ihr kriegt einfach nur die Pokémon, die ihr sowieso in den Raids auch besiegen könnt. Okay, hier Pokestop-Showcases stehen auch wieder dabei. Und im Web-Store gibt es ein Dönerpartikel-Pack. So. Klingt alles kompliziert, ist alles richtig. Oha, oha, oha. Musst du gucken, was nacheinander dann passiert und gemacht wird. So. Freut ihr euch da drauf? Habt ihr Bock? Wolli, Raffel und die drei Starter. Aber diesmal aus der Kando-Region, in der Döner-Version. Da bin ich gespannt, was das wird. Ob das schwer ist, ob das leicht ist, wie das aussieht und wie das dann alles im Spiel eingefügt wird. Also es wird auf jeden Fall spannend. Die Season wird fett, wird groß, wird max. Peace out Vorhaut, euer Ramse.